Mittlerweile sind wir in Neuenheim angekommen, direkt an der Theodor Hausbrücke, oben am Neckarufer und haben hier wirklich ein Filetstück unseres Festivals. Daniel Tau soll der Künstler sein, der hier malen wird, selbst ein Heidelberger Eppelheimer, mittlerweile in Neuenheim, war lange in Berlin unterwegs und ich glaube es wird für die Stadt hier echt eine Bereicherung sein, die Wand zu gestalten.